So, 19 Zombies noch. Darfst du auch mit mir reden? Ja, du rennst da hin, hockst dich hin und schießt einfach. Ich dachte, du hättest du gesehen, deswegen verschickst du da. Weil ich hier in dem Wald bin, habe ich nichts gesehen. Hm, links ist doch cool. Boss ist hier. Sorry. Boss ist weiß. Ich habe Kekroos genommen. Ich habe Kekroos. Ich habe Kekroos genommen. Ich habe Kekroos genommen. Lauf. Äh. Wieso bin ich tot? Wieso bin ich tot? Ich habe der Boss getötet. Ich weiß. Ja. Wie kann der mit einem Schlag drei, drei beiden mehr kauen? Ich habe Kekroos. Ich habe Kekroos. Ich habe Kekroos. Ich habe Kekroos. Was ist denn noch nicht los? ist immer dasselbe wenn wir den boss haben aber keinen ausgang hier ist eine munichkiste und rotes päckchen keine fallen gesehen eine doch eine macht sie unten vor die doppeltür und dann halten wir halt oben die beiden türen wenn sie treppen besser kommt ein gegner von hinten um ein rolltor ist drin das war gar nicht gehört neben mir okay was war das gift Ah. Ja, ich versuche dem Fenty auszuweichen, stell dir mal vor. Freiwillig mache ich das bestimmt nicht. Ja, da hat auf jeden Fall einer Hilfe gebraucht und macht auch den raus. Also ich habe aber, ich habe ganz schön Schaden genommen durch das scheiß Gift. 2 auf 285. 1 auf 285. Meinst du, sind die oben oder unten? Oben. Oben. Und unten. wenn es nimmst nimmst du halt schaden aber hier ist halt ein medikett bringt ja nichts wenn ich jetzt sehen oder ich hab ich hab den dings aufgenommen und im moment gewartet dass das gibt weg ist nämlich geheilt damit oder sich die vorweg warte und dann nimmt das medikett hier läuft hinten rum das war's wieder zu Noch zwei Feuer, pass auf, komm da weg, oder was hast du vorher in der Hand? Nee, hab ich nicht Hat wieder ein Gift hinter uns reingemacht Ist er getötet oder gehittet? Nee, wieder noch So, geht wieder Was ist denn hier los? Das ist doch nicht normal Alle haben Fächern und Kettenpistolen, nur noch Ist irgendein Cheat aktiv, dass man irgendwie damit einen Vorteil hat, oder was? Das ist doch nicht normal Es macht gerade keinen Spaß Es sind nur Kettenpistolen mit Fächern drin Nur Ja, das ist äh Also nur noch albern Es ist in jeder Runde gewesen Kettenpistole und Fächern Das ist doch irgendwas nicht normal, ey Das ist echt gerade nicht normal, ey Das ist echt gerade nicht normal, ey Und jetzt ist der Runde gewesen Das ist aber nicht normal, wenn das nachher ist Ich bin dran Ich bin dran Dass ich mich kurz mehr Das war Ich bin dran Oder Ich bin dran Ich bin dran Ich bin dran Das war Mit Ich bin dran Ich mache Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Bis zum Fluss zu schleichen würde ich gerade jetzt als zu riskant bezeichnen. Ich bin normal von hier gut gedeckt. Normal dürfte man mich nicht sehen. Das ist genau optimal. Mal kann jemand, der rein oder raus läuft, kann man erkennen. Und rechts bin ich auch gut gedeckt, nur von da nicht. Okay. Ist das in Brand gesteckt worden? Okay. Okay. Ja, schon da. Okay. 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 Ich habe die Frage, bin ich weit genug weg, wenn man mich nicht mehr sieht, ja oder nein. Ich habe die Frage, bin ich sicher, bin ich sicher. Ich habe die Frage, bin ich sicher. Die Gegner sind offensichtlich, haben wir vorbei. Ja, da wird gefeitet. Ja, da wird gefeitet. Ja, da wird gefeitet. Ja, da ist schon viel weiter wieder. Ja, da ist schon so gut wie drin. Ja, das ist immer das selbe. Ja, da wird gefeitet. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020